Hallo Leute, hier ist Scream und ich wollte euch sagen, dass es jetzt eine 3-wöchige Pause gibt. Und zwar ist es, wie jedes Jahr, mal wieder Urlaubszeit. Und zwar bin ich dieses Jahr 3 Wochen gleich weg. Letztes Jahr waren es ja nur 2. Und ja, deswegen wollte ich euch sagen, die nächsten 3 Wochen wird überhaupt nichts kommen. Rein gar nichts. Jetzt vielleicht mal irgendwie ein Bulletin, aber sonst wird nichts kommen. Weil es ja ziemlich schlecht ist, mein ganzes Equipment mit in den Urlaub zu nehmen und von da an Let's Plays zu machen. Da will ich ja auch runterschalten, wie ihr wahrscheinlich wisst. Und ja, das wollte ich euch einfach nur sagen. Und ja, nachdem ich dann wieder da bin, wird es dann auch wieder mehr geben. Ich versuche noch in den Ferien, okay, in den Ferien meine jetzigen Projekte, also wenigstens alles aufzunehmen. Das Hochladen schaffe ich nicht, weil es ist einfach deprimierend. Du kommst einfach nicht weiter mit dem Hochladen. Also du kannst so viel aufnehmen, wie du willst. Aber du kannst ja mit einer 2000er-Leitung in einer Nacht höchstens ein Video hochladen, das 15 Minuten lang ist. Und das ist echt frustrierend. Hätte ich eine schnellere Internetverbindung. Wird alles viel schneller gehen, aber so dauert das leider ein bisschen. Aber ich hoffe desto trotz, dass wir die ganzen Projekte noch beendet kriegen. Beziehungsweise diese zwei, die ich jetzt laufen habe. Einmal das und das. Und ja, nach meinem Urlaub werden dann ja auch wieder viele interessante Spiele rauskommen, wie Assassin's Creed 3 und Madden. Wovon ich auch ein paar Videos machen werde, um dann mal zu gucken, wie diese Videos ankommen. Und je nachdem, wie gut sie ankommen, werde ich sie dann regelmäßiger oder unregelmäßiger hochladen. Dann kommt natürlich noch FIFA 12. Ich habe ja eh schon angekündigt, dass ich dazu Videos machen will. Also auch so ein bisschen in die Sportrichtung gehen, weil ich viele Sportspiele spiele und auch sehr gerne den Sport verfolge. Vor allem jetzt Fußball und Football, genau. Ja, und dann mal gucken, wie sich das dann alles entwickelt. Vielleicht kriege ich ja doch irgendwann mal eine schnellere Internetverbindung. Oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, um den Content schneller hochzuladen. Naja, das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche den Leuten, die jetzt erst mit den Ferien angefangen haben, noch wundervolle Ferien. Und die, die jetzt schon wieder zur Schule müssen, tja, ihr hattet dafür schon viel früher Ferien, wo wir noch in die Schule gehen müssten. Also dann, haut rein und bis in drei Wochen. Ciao. Ciao. Vielen Dank.